Willkommen zurück meine Lieben, es ist schon wieder was passiert. Nach Bitcoin hat jetzt auch Gold ein neues Allzeithoch erreicht und neue Rekordstände geschrieben. Gold über 2100 Euro pro Unze. Und das ist aus vielen Gründen wichtig und interessant. Man muss sich natürlich vor Augen halten, dass auch wenn Bitcoin jetzt durch die ETFs und andere Dinge in den Mainstream hineinkommt, Gold bereits seit 5000 Jahren Mainstream ist. Gold ist sozusagen schon Mainstream gewesen, da gab es noch gar keine Finanzmärkte, wie wir sie heute kennen. Gold war eigentlich immer schon da. Ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, naja, Bitcoin wird Gold zuerst fressen. Ich glaube, dass Bitcoin in der Marktkapitalisierung mit Gold gleichziehen wird, vielleicht sogar vorbeiziehen wird, wahrscheinlich sogar vorbeiziehen wird, aber ich glaube nicht, dass deswegen Gold groß leiden wird, denn das eigentliche Problem im Kern unseres Finanzsystems ist ja die extreme Überschuldung und die Reaktion darauf, die aus noch mehr Schulden und noch mehr Gelddrucken besteht, das ist der Modus operandi eigentlich seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Ich würde sagen, die absolute Trendwende war schon 2000 zu sehen. 2000 übrigens, als die Deutschen zuletzt so viele Aktien gehalten haben, wie jetzt gerade bei ungefähr über 20% damals natürlich neuer Markt. Da gab es aufs Maul.com-Bubble und dann ging das Ganze hinunter, hat sich fast halbiert. Diese Zahlen sind natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die deutsche und österreichische Aktienquote ist extrem gering. Manche haben sie auch jetzt noch unter 10%. In jedem Fall kaum in Deutschland und Österreich Menschen die Aktien besitzen. Das hat auch seinen Grund. Wir sind Sparer. Wir wollen das Geld auf dem Sparbuch liegen haben. Und das ging natürlich mit der D-Mark und dem Schilling eine lange Zeit gut. Naja, und jetzt, wo die Inflation uns das Geld von den Haaren frisst, die Haare vom Kopf frisst, was auch immer, das Geld vom Konto frisst, jedenfalls Inflation schlecht. Jetzt, wo die Inflation da ist und auch die Auswirkungen wirklich im Alltag angekommen, weil die langfristigen Auswirkungen auf die Vermögen sind sowieso schon langfristig katastrophal, kommen die Leute drauf, naja, vielleicht wäre das gut mit den Aktien, vielleicht wäre das was mit den ETFs. Ja, viele gehen natürlich gleich zu Bitcoin, weil das die direkte Lösung ist. Ein knappes Geld gegen das nicht knappe Geld aus den Notenbanken. Aber der Mainstream ist da noch nicht angekommen. Der Mainstream rennt schon wieder in eine typisch deutsche Manier in die vollkommen falsche Richtung und verlangt jetzt, dass man von den Aktienbesitzern doch das Geld holen sollte. Nicht da, aber Bitcoin-Bote zitiert hier die Süddeutsche Zeitung. Nehmt das von den Aktionären und er sagt ganz richtig, der Euro kommt einer wesentlichen Funktion von Geld, der Wertaufbewahrung nicht nach. Um sein Geld zu retten, wird man gezwungen zum Hobby-Hedgefondsmanager zu werden. Geld gerettet? Dann bitte abgeben. Bitcoin fix ist die. Das ist schon wirklich, wirklich absurd. Wir haben es hier zu tun mit einem Geldsystem und einer Problematik, die wir schon oft beschrieben haben, aber ich sie gerne immer wieder wiederhole, weil es sich jetzt immer wieder zeigt. Im Zweifelsfall wird das Geld locker gemacht, wird gedruckt, werden die Preise raufgetrieben. Ganz, ganz brutal seit 2008. Das sogenannte Quantitative Easing ist aber im Finanzsystem oder im Bankensystem festgesteckt. Hat diejenigen reicher gemacht, die bereits Aktien oder Assets, Immobilien, Gold und später auch Bitcoin besessen haben. Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt, der jetzt eine ganz, ganz starke Rolle spielt in unserem Leben. Das heißt, dass die, die schon Geld haben, immer reicher werden, weil sie näher dran sind am Gelddrucker. Man kann behaupten, dass das nur etwas ist, dass Bitcoin sich immer wieder einfallen lassen. Aber die Effekte des Ganzen, dass dieser Cantillon-Effekt wirklich im Alltag da ist, der ist halt jeden Tag zu sehen. Und das, was die Süddeutsche Zeitung da sagt, ist ja genau so ein Ausdruck des Ganzen. Man geht jetzt zu denen, die man für die Profiteure hält. Aber das sind die Profiteure nur relativ. Die haben es nur geschafft, sich einigermaßen zu retten vor der permanenten Geldentwertung. Und jetzt sehen wir eine Situation durch die extreme Eskalation der Schuldenstände. Hier haben wir die Auswirkungen. Ich meine, schaut euch das mal an. Das ist noch in der Bank of America Global Research, Dezember 2024. Das sind nur die Interest Payments, also das, was die Amerikaner an Zinsen zahlen müssen auf ihre Schulden. Es wächst exponentiell. Es wächst exponentiell und damit muss auch die Inflation immer stärker wachsen. Bei jeder Krise wird mehr Geld gedruckt. 2008 waren es 700 Milliarden, noch viel Geld. Während der Pandemie waren es dann schon die Trillions, die Billionen. Und da ist das Geld dann auch bei den Menschen direkt angekommen, weil man es ihnen geben musste. Zumindest einen kleinen Teil. Der Großteil ist eh wieder nur bei den Reichen hängen geblieben. Die Reichen können de facto gar nichts dafür. Die sind halt nur besser vorbereitet. Und die Bitcoiner und Goldbesitzer und Aktienbesitzer, die freuen sich jetzt. Und halten sich dann oft für geniale Investoren, sind sie aber nicht. Sie sind einfach nur nicht die, die so stark verlieren, weil sie das abwertende Geld auf der Bank rumkugeln haben. Naja, und jetzt geht es weiter. Während die Zeitungen davon schreiben, dass die Inflation ja runter geht auf irgendwie 4%. Halleluja, 4%. Ganz toll, ja. Dass die Inflation ja runter geht, kommt bereits die nächste Zinswende. Und jetzt wird die EZB erstmals überhaupt schon vielleicht vor den Amerikanern cutten, sagt Robert Holzmann, der österreichische Notenbankchef, Teil des Eurosystems. Naja, keine Wunder, dass da die Preise eskalieren. Ich meine, schaut euch das an. Wir haben hier den Euro, also Xau in Euro, Xau ist also das Gold, können wir auch auf Dollar schalten. Machen wir hier mal die Woche rein. Wir hatten das letzte große Hoch im August 2011. Das waren sozusagen die Auswirkungen der Inflationierung von Quantitative Easing. Das aber wie gesagt hängen geblieben ist. Während aber die Inflationierung 20, 22 und jetzt 24, diese, sage ich jetzt mal, Post-Covid-Gelddruckerei, wenn man es so sagen will, die ist eben nicht hängen geblieben. Bei Gold ist es klarer zu sehen oder die langfristigen Auswirkungen klarer zu sehen, als bei Bitcoin, weil die Faktoren der Adoption nicht so hineinspielen. Denn Gold ist, wie gesagt, schon seit 5000 Jahren adoptiert. Und wenn der Goldpreis steigt, dann freuen sich ultimativ ja auch die Notenbanken, die 30.000 Tonnen oder mehr halten dazu gleich. Denn nicht nur Privatpersonen kaufen Gold, um sich zu schützen oder dann vielleicht digitales Gold, Bitcoin, um sich zu schützen, sondern eben auch die Notenbanken. Und die holländische Notenbank ist da ganz besonders offen, was das betrifft. Hier aus einem Interview mit einem Vertreter der holländischen Notenbank zum Thema Gold, auf die Frage, ob sie eh genug Gold haben, sagt er, ja, ja, es ist mehr als genug. Wenn alles zusammenbricht, dann wird der Wert dieser Goldreserven sowieso raufschießen, Skyrockets, also wie eine Rakete zum Himmelsschießen. Und dann muss man ja auch nicht alles covern damit. Also das ist gar kein Problem. Und selbst der Central Bank Chief, also Klaas Knot, sagt 2022, dass der Balance Sheet, also die Bilanz der holländischen Notenbank und damit auch des Euro-Systems, ist solide, weil man hat Goldreserven und die Gold Revaluation Account, also da fließt alles rein, was seit der Euro-Gründung an Gold raufgegangen ist, also der Goldpreis raufgegangen ist, wird quasi in der Bilanz als Rückstellung zurückgestellt. Das heißt, man kann auf Kapital zurückgreifen, das jetzt bis jetzt nur sozusagen als noch nicht verbucht wurde. Okay, das ist vielleicht mein eigenes Video, was ich oft sage, aber das Euro-System hat 13.000 Tonnen Gold, hat mehr als die USA. Die USA stehen nur in diesen Listen drinnen immer als die, die am meisten Gold haben, weil sie als Land am meisten haben, aber im Euro-System sind halt was, 19 Länder jetzt. Das Euro-System hat 13.000 Tonnen Gold und diese 13.000 Tonnen sind x wert, aber was die wert sind im Vergleich zum Staat des Euro-Systems, das wurde quasi in der Bilanz noch nicht verbucht. Das heißt, man hat da eine Möglichkeit zurückzugreifen, man hat auch die Möglichkeit eben Gold raufschießen zu lassen. Also wenn Gold raufgeht, ist das ultimativ gar nicht so sehr gegen das Interesse der Notenbanken, zumindest nicht der europäischen, was den amerikanischen betrifft, möchte ich dazu gar nichts sagen. Jetzt berichtet natürlich auch der internationale Mainstream über Gold und bringt das auch in Verbindung mit den angekündigten Cuts, also den angekündigten Senkungen in der Zinspolitik in Amerika und auch in Europa. Was auch interessant ist, ist, dass offenbar Immobilien eben derzeit nicht wirklich eine Option sind. In China gehen Privatinvestoren in Gold, weil Real Estate, also Immobilien zuletzt schlecht performt haben. Und das ist natürlich schon spannend, aufgrund der gestiegenen Zinsen, die jetzt immer noch hoch sind, sind Immobilien derzeit unattraktiv. Immobilien sind natürlich einer der wichtigsten Wertspeicher in einem Fiat-System, also Geld ist ein beliebter, aber vollkommen idiotischer Wertspeicher in einem Fiat-System. Dann haben wir Aktien, der breite Aktienmarkt ist wahrscheinlich der beste, verlässlichste Ersatz für ein Sparbuch eines harten Geldes. Dann haben wir Bitcoin, die Alternative, die Neuerfindung von hartem Geld und die Neuerfindung quasi des echten Sparens im Geld. Und dann haben wir eben Gold, die Alterfindung sozusagen, die halt aus verschiedenen Gründen international nicht mehr so stark genutzt wird, wie es Bitcoin potenziell in Zukunft getan wird. Und dann haben wir Immobilien. Die meisten Menschen gehen zu Immobilien, weil da wissen sie, da können sie zumindest drin wohnen, bla bla bla. Kann man sich verschulden, ja. Das ist quasi die Spekulation des kleinen Mannes. Und die läuft derzeit auch ganz schlecht, im Gegensatz eben zu den Aktienmärkten, die eben auch weiterhin raufgehen. Schauen wir uns mal hier an. Nasdaq, ja. Schaut euch das mal an. Da ist der Nasdaq, ja. Oder schaut euch SPX an. Das ist der amerikanische S&P 500. Ich sage jetzt nicht, dass das weitergeht. Das ist not financially. Ich sage jetzt nicht, steigt es da jetzt ein oder was. Ja, um Gottes Willen. Ich sage nur, es wird raufgetrieben. Ja. Fuzi All World. Also das sind dann, was, 52 Länder. Also sowohl der MSCI World, die Entwicklungsländer, als auch die Industrieländer, als auch die Entwicklungsländer. Ja. Und dann natürlich, natürlich Bitcoin. Heute, während ich das hier aufnehme, am Montagnachmittagabend ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Aber das Bild, das sich hier zeigt, ist auch relativ eindeutig, wenn wir es auf den Logchart schalten. Ja. Kann sich jeder sein eigenes Bild machen, das ist not financial advice. Bitcoin hat gerade erst ein All-Time-Height hinter sich gelassen, wie wir es hier einmal im Dezember 20 sehen. Das ist jetzt übrigens im Euro, weil ich immer noch irgendwie aus irgendeinem bizarren Grund auf Euro-Preise schaue. Und Dezember 16. Okay? Gut. Und falls irgendwer glaubt, es ändert sich jetzt etwas an dieser Geldpolitik, der permanenten Zerstörung, durch neue Schulden, durch lockeres Geld. Sorry. Ja. Wir haben hier absolute Höchststände bei den neuen amerikanischen Schulden. Es gibt ja die Theorie, dass Satoshi Nakamoto das Halving absichtlich mehr oder weniger mit den amerikanischen Wahlen getimt hat, weil natürlich in einem Wahljahr wird immer ordentlich Geld rausgeblasen, damit die Leute sich gut fühlen. In Amerika ist ja noch dieser Wealth-Effekt da auch dabei. Das ist ganz interessant, dass nämlich die Menschen sich quasi besser und reicher fühlen natürlich, wenn ihre Aktien raufgehen. In Amerika sind nicht nur die privaten Aktieninvestitionen viel größer als in Europa, sondern auch die Aktienvorsorge, sage ich mal, die Aktienrente durch 4-1-Ks und ähnliche Produkte viel stärker ausgebaut. Ist das jetzt schon eine Crack-up-Boom, eine sogenannte Katastrophenaussee, wie sie Ludwig von Mises einmal als Wort genannt hat? Also quasi, wenn ein Aktien-Boom nur davon genährt ist, dass die Menschen aus dem Geld hinausflüchten wollen? Ich glaube es nicht. Erstens haben wir Alternativen zu Aktien mit Bitcoin und Gold, Immobilien jetzt weniger. Und zweitens, nein, so weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt in dieser bizarren Phase, wo die Leute auch immer glauben, sie sind geniale Investoren. Und ja, natürlich gibt es Unternehmen, die jetzt auch gute Erfolge feiern. Und wir haben die Digitalisierung und wir haben jetzt AI und was auch immer. Und vor allem haben wir Bitcoin. Aber wir haben auch diesen eindeutig und nicht von der Hand zu weisenden Faktor, dass es keine Möglichkeit gibt, in diesem Geldsystem außer den Geldhahn immer wieder aufzudrehen. Und Zinssteigende Phasen, also Zinsanhebungen sind immer nur kurzfristige Phasen, die dafür gebraucht werden, um zumindest ein bisschen Wasser auf das Feuer zu schütten, bevor man wieder den Schlauch rausholt, der längst direkt an die Benzinfässer angeschlossen ist. Und in diesen Benzinfässern ist unendlich viel Benzin, weil genauso viel kann man natürlich auch an Geld drucken. Das heißt, was erwarte ich? Ich erwarte, dass wir zumindest bis zu den Wahlen eine weitere Lockerung des Geldes sehen werden und auch eine positive Entwicklung, sage ich einmal, der Märkte auch, um die Stimmung in Amerika nicht zu beeinflussen. Das ist sicher ein Punkt, ein wichtiger Punkt für die amerikanische Politik. Und es ist ganz, ganz egal, auf welcher Seite welcher Politiker da steht. Das ist immer so. Ich glaube auch, wenn wir uns hier in erster Linie mit Bitcoin beschäftigen, weil das eben die technologische und ökonomische Lösung für dieses Grundproblem des permanenten Gelddruckens ist, sollten wir uns auch eben ansehen, was passiert bei den Aktien, was passiert bei Gold, was machen die Notenbanken in Bezug auf Gold, weil das wird uns auch einen Hinweis darauf geben, wie sie potenziell mit Bitcoin umgehen werden, ob sie vielleicht irgendwann mal Bitcoin auch aufnehmen werden in die Reserven, um eben eine andere Option zu haben, auch sich selbst wieder zu rekapitalisieren. Das sind sozusagen die Bewegungen in dem System, in dem wir heute leben. Die sollten uns bewusst sein. Wir sollten nicht versuchen, in immer nur absoluten Zukunftsszenarien zu denken, wo es dann irgendwie nur noch Bitcoin gibt. Und Tatsache ist, das Experiment der Fiat-Währungen geht meiner Meinung nach zu Ende. Und ja, es ist ein Experiment, das hat es in der Geschichte noch nie gegeben, dass nur wild gewordenen Ökonomen und Notenbanker verantwortlich sind dafür, wie es mit unserem Geldsystem weitergeht. Und ich glaube, dass die Spieltheorie auch dazu führt, dass wir das jetzt schnell eskalieren werden, weil natürlich in so einer Situation dann auch oft die vielleicht im Vorteil sind, die noch schneller drucken, zumindest aus ihrer Perspektive. Schauen wir uns mal an, was in der Türkei passiert. Googelt mal den Bitcoin-Kurs in türkischer Lira. Das heißt, wir werden eine Beschleunigung des Ganzen sehen, aber wie ich es gerne sage, wenn wir es quasi nur am Stammtisch besprechen, auch ganz unabhängig von der Geldpolitik, Normalität wird so schnell nicht mehr einkehren, zumindest nicht für diejenigen, die nicht eine bessere Währung finden, Klammer auf, Bitcoin, Klammer zu. Gold, auch Aktien werden da weiterhin eine Rolle spielen und wenn alles drei zugleich steigt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir es wieder mit einer neuen Geldschwemme zu tun haben, die da auf uns zurollt. Möglicherweise auch einer zweiten Phase der Inflation. Wann die genau kommt, hängt davon ab, mental, wann es aufschlägt mit den Preisen, wann es rauf geht wieder, ob es neue Krisen gibt, wo die Politik direkt wieder Geld reinpumpen muss, wo dieses Geld hingeht, also die Teuerung quasi, wann die kommt, das kann man jetzt so nicht genau sagen, aber ich glaube, der Megatrend des lockeren Geldes, der Megatrend der Geldschwemme, der ist uns absolut erhalten. Genau deswegen gibt es Bitcoin. Das passiert nicht von heute auf morgen, das passiert innerhalb von Jahren und Jahrzehnten und ich sage es ja auch immer wieder, dass ich auch glaube, dass viele Ökonomen und Notbanker jetzt auch sagen, naja, ganz gut, dass es das gibt, weil wir brauchen ja irgendeine Lösung für diesen Irrsinn, auch wenn es andere gibt, die glauben, sie können das Ganze über Kontrolle, über Inflation, über digitale Zentralbankwährungen lösen. Das ist die große Gefahr, auch ein Thema, was ich immer wieder hier andeute und vielleicht im Detail noch zu selten besprochen habe, gerade erst eine Folge gemacht zum digitalen Euro, aber der digitale Euro ist nicht das einzige Teil in diesem Kontrollnetzwerk, wir reden da von Digital IDs und dies und das, also Kontrolle ist leider Gottes ein Lösungsansatz, den man unbedingt beobachten muss und da ist Bitcoin natürlich auch ein kräftiges Gegengift dagegen, also quasi, dass der zentralisierten Kontrollwahn eine Freiheitsoption entgegenstellt. Gold hat diese Freiheitsoption weniger, weil es eben weggenommen werden kann, weil es physisch ist, weil es stark zentralisiert kontrolliert wird von jetzt von den Notenbanken, aber es spielt im internationalen Geldsystem natürlich immer noch die Rolle eines Ankers der Stabilität, der Knappheit, auch wenn Bitcoin das ab dem nächsten Halving natürlich noch viel besser machen wird mit einer viel höheren Stock-to-Flow-Ratio, auch darüber haben wir schon geredet. Das heißt, dass sozusagen auch vom Narrativ her, wenn Gold rauf geht, das jetzt auch sehr gut zu Bitcoin passt. Diese ganze Schoße, dass Bitcoin kein Inflationsschutz wäre, ich kann es nicht mehr hören, das sind ja wirklich absolute Beckenrandschwimmer, die das behaupten. Schaut euch mal an, der Goldpreis und auch der Bitcoinpreis, schauen wir uns das mal an, was passiert ist nach der Inflation. Da, hier, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ja, 2022 ist das schon? Wir haben schon 2022. Schaut euch, ich gehe schon mit. Hier, März 20. Ja, März 20 haben wir den großen Corona-Crash und dann kommt die Notenbanken und sagen, naja, wir haben da eine Idee. Ja, wenn wir jetzt die ganze Weltwirtschaft crashen, ja, und wenn alles aufgehalten wird und niemand darf mehr rausgehen und die Firmen dürfen nicht mehr aufsperren und alles ganz furchtbar, wie wäre es, wenn wir richtig viel Geld drucken? Richtig viel Geld drucken. Wie wäre es, wenn wir Bitcoin mal so bis zum ersten 1.500% in die Höhe treiben? Aber es ist ja kein Inflationsschutz. Ja, es ist nur dann kein Inflationsschutz, wenn man nicht versteht, was Inflation ist. Inflation ist die Geldmengenauswertung und die Entwertung der Notenbankwährungen. Teuerung, Preisinflation ist eine Folge davon, die sich auch nicht wirklich gut messen lässt und überall unterschiedlich auftaucht. Und eine andere Folge davon ist der sogenannte Cantillon-Effekt, bei dem das Geld von den Notenbanken direkt quasi in die Hände der Reichen fließt. Die übrigen Teile der Volkswirtschaft, insbesondere Privathaushalte und kleinen und mittleren Unternehmen, erhalten das neue geschaffene Geld später bis gar nicht. Hau ich euch in die Shownotes, Cantillon-Effekt, Coinfinity, Blinks, super Quelle, um sich wirklich auch mal mit diesen Basiskonzepten zu beschäftigen. Ich glaube, dass dieser Megatrend anhalten wird. Was haltet ihr davon? Habe ich schon wieder bis zur Minute 20 gebraucht, bis ich euch bitte, mal Like reinzudrücken und zu subscriben. Natürlich habe ich das. Bin immer noch Anfänger. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Like, subscribe und haut mir in den Kommentar rein. Was erwartet ihr? Wie geht es jetzt weiter? Kommen die Zinssenkungen? Kommt die nächste Krise? Kommt das nächste Gelddruckprogramm? Oder wie reißen sie es jetzt ab und werden Gold so weit auf, um sich zu rekapitalisieren? Das wird ultimativ kommen. Das haben sie auch schon angekündigt. Vielleicht ist auch die ominöse Ankündigung von der Frau Lagarde in diese Richtung gegangen. Dazu ein anderes Mal. Gerne im Detail. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.